Hereinspaziert ihr mit eurem ganzen Geld, das ihr am besten hier in der Krossen krabbeln lasst. Folgt mir, Schwestern und... Ah! Sei gegrüßt! Tadeus, diese versteiften Zicken! Ich meine, diese liebenswürdige Damenschaft. Möchte offensichtlich hier schnell was spachteln, also knallen wir ihnen ein paar... Ich meine, servieren wir ihnen ein paar köstliche Krabbenburger? Wie angenehm, Mr. Er... Krabs, m'lady. Nächsten Tag.